Das ist wirklich ein tolles Ding. Nochmal die Wiederholung des Tors, zunächst die Flanke und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand, seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut, das ist die Führung.